Ich hoffe, ihr habt den ersten Teil über Transistorverstärker inzwischen verdaut, denn wir werden heute darauf aufbauen. Es geht um mehrstufige Verstärker und wie man die Verstärkerstufen miteinander koppelt. Außerdem sehen wir uns die Transistorgrundschaltungen an und wie sie eingesetzt werden. Herzlich Willkommen auf Technik Selbsterlebt, eurem Bildungsfernsehen auf YouTube. In den meisten Fällen werden wir unsere Verstärker mehrstufig ausführen müssen. Wie kann man diese Verstärkerstufen miteinander koppeln? Das klingt zunächst mal nicht kompliziert. Verbinden wir doch einfach den Eingang der zweiten Stufe mit dem Ausgang der ersten. Erinnern wir uns nochmal, wie wir am ersten Teil den Arbeitspunkt unserer ersten Verstärkerstufe berechnet haben. Für eine maximale Aussteuerung soll zwischen Kollektor und Emitter die halbe Betriebsspannung liegen. In unserem Beispiel waren das bei 9 Volt Betriebsspannung 4,5 Volt. Jetzt ist unser Kollektor aber über die Basis-Emitter-Diode des zweiten Transistors mit Masse verbunden. Das kommt einem Kurzschluss sehr nahe, denn die Spannung an der Basis entspricht der Flussspannung einer Halbleiterdiode, bei Silizium etwa 0,7 Volt. Auf den Wert sinkt jetzt auch unsere Kollektor-Spannung. Der Arbeitspunkt verlagert sich von der Mitte der Arbeitsgrade nach hier und wir können den Transistor kaum noch aussteuern. So funktioniert das also nicht. Bei einer direkten Kopplung von Verstärkerstufen beeinflussen sich auch immer gegenseitig ihre Arbeitspunkte und man muss sie genau aufeinander abstimmen. Welche Möglichkeiten gibt es, um die Kollektor-Spannung von Transistor 1 wieder anzuheben? Wir verwenden für die zweite Stufe einen Verstärker mit Stromgegenkopplung. Der Emitterwiderstand hebt das Potenzial am Emitter von T2 an und damit auch die Basis-Spannung. Erinnern wir uns, dass wir die Basis-Spannung in unserem Rechenbeispiel auf 1,5 Volt festgelegt hatten. Jetzt müssen wir die Spannung auf 4,5 Volt bringen. Dadurch entsteht eine sehr starke Gegenkopplung, wodurch die Verstärkung von Stufe 2 sinkt. Die hohe Emitter-Spannung an Transistor 2 ist jetzt aber wieder problematisch für dessen Arbeitspunkt. Um auch hier eine Kollektor-Emitter-Spannung von UB halbe zu erhalten, müsste die Kollektor-Spannung knapp 1 Volt unter der Betriebsspannung liegen. Die Stufe lässt sich nur noch gering aussteuern. Der Effekt ließe sich verringern, wenn die Basis von T2 über einen Spannungsteiler mit der ersten Stufe verbunden wird. Auf diese Art kann die Basis- und die Mitterspannung an Transistor 2 verringert werden. Allerdings verringert der Spannungsteiler auch die Signalspannung an Basis 2. Neben den Nachteilen und den Problemen bei der Arbeitspunktfestlegung haben direkte Koppelte-Verstärker auch Vorteile. Es gibt bis auf die Halbleiter keine frequenzsensiblen Bauelemente. Über einen weiten Bereich ist der Frequenzgang des Verstärkers linear. Wir bekommen einen Breitbandverstärker bis zu einer unteren Grenzfrequenz von 0 Hz. Außerdem lassen sich nur direkt gekoppelte Verstärker problemlos in Schaltkreise integrieren. Hier eine typische Innenschaltung eines Verstärkerschaltkreises. Um die Schwierigkeiten bei den direkt gekoppelten Verstärkern zu vermeiden, verbindet man die Stufen oft über einen Kondensator. So können die Arbeitspunkte jeder Stufe einzeln eingestellt werden. Der Kondensator lässt zwar Wechselspannung passieren, aber unterschiedlich gut in Abhängigkeit von der Frequenz. Wie immer berechnen wir unsere Schaltung praxisnah, das heißt nicht so genau wie möglich, sondern so genau wie nötig. Wenn es geht, kommen Faustformeln zum Einsatz. Unser Kondensator bildet mit dem Eingangswiderstand der Verstärkerstufe einen Hochpass, wodurch niedrige Frequenzen schlechter übertragen werden. Als Richtwert für die Berechnung gilt, dass der Wechselstromwiderstand des Koppelkondensators bei der tiefsten Frequenz höchstens ein Fünftel des Eingangswiderstandes betragen soll. Die Größe des Kondensators hängt also vom Eingangswiderstand der Verstärkerstufe ab. Je größer dieser ist, umso kleiner kann die Kapazität des Kondensators sein. Wer aufmerksam Schaltpläne von Verstärkern studiert, hat vielleicht schon bemerkt, dass die Koppelkondensatoren bei Verstärkern mit Röhren oder Feldeffekttransistoren kleiner sind als bei Bipolartransistoren. Der Grund ist der wesentlich höhere Eingangswiderstand. Für eine Beispielrechnung benutzen wir eine Verstärkerstufe, die wir im ersten Video berechnet haben. Wie groß muss der Koppelkondensator sein, damit Frequenzen bis 50 Hz einwandfrei übertragen werden? Die erste Methode ist, gar nicht rechnen, sondern von Erfahrungswerten ausgehen. Die Kapazitäten von Koppelkondensatoren bei Bipolartransistoren bewegen sich etwa im Bereich von 1 bis 20 µF. Bei Röhrenschaltungen oder Verstärkern mit Feldeffekttransistoren etwa zwischen 10 und 200 nF. Ausnahmen bestätigen die Regel. Im Zweifel wird man den Kondensator lieber etwas größer. Für eine Berechnung benötigen wir den Eingangswiderstand des Verstärkers. Am Eingang liegt eine Reihenschaltung aus dem Widerstand der Basis-Emitterdiode mit dem Emitterwiderstand. Parallel dazu R2 und auch R1 wirkt so, als ob er parallel zum Eingang liegt. Warum, werden wir später noch in diesem Video erfahren. Die für uns unbekannte Größe ist der Eingangswiderstand des Transistors. Hier hilft uns nur das Datenblatt weiter. Nehmen wir für unser Beispiel mal diesen Transistor-Typ. Wir hatten unseren Arbeitspunkt mit einer Stromverstärkung von 200 berechnet. Das entspricht der Stromverstärkungsgruppe D. Der typische Eingangswiderstand liegt dann bei 2,7 Kiloohm. Damit können wir eigentlich den in Reihe liegenden Emitterwiderstand von 80 Ohm vernachlässigen. Wie man sieht, wird der Gesamtwiderstand hauptsächlich vom Transistor bestimmt. Die Parallelschaltung der drei Widerstände ergibt zusammen 1,73 Kiloohm. Damit soll der Wechselstromwiderstand des Kondensators bei 50 Hertz also maximal 346 Ohm betragen. Aus der Formel für den kapazitiven Blindwiderstand berechnen wir eine Kapazität von rund 9,2 Mikrofahrrad. Wir wählen 10 Mikrofahrrad. Wenn wir schon dabei sind, berechnen wir noch, wie groß ein Kondensator über dem Emitterwiderstand sein muss, damit die Gegenkopplung für die Wechselspannung aufgehoben wird. Bei der Parallelschaltung von R und C setzt man den Blindwiderstand des Kondensators sogar mit nur einem Zehntel des Wertes von RE an. XC darf bei 50 Hertz also nur bei 8 Ohm liegen. C wird dann 398 Mikrofahrrad. Wir nehmen einen Kondensator von 470 Mikrofahrrad. Eine weitere, wenn auch seltener verwendete Möglichkeit der indirekten Kopplung ist auf induktivem Weg möglich. Die dazu benötigten Übertrager sind vor allem im Niederfrequenzbereich groß, teuer und schwer. Darum findet man die induktive Kopplung vornehmlich noch im Hochfrequenzbereich. Die Qualität der Signalübertragung wird maßgeblich von der Konstruktion der Übertrager beeinflusst. Gegenüber der direkten oder kapazitiven Kopplung bietet die induktive Kopplung weitere Möglichkeiten. So kann man zwei Stufen komplett galvanisch voneinander trennen, wenn sie aus unterschiedlichen Spannungsquellen betrieben werden. Über das Verhältnis der Windungszahlen ist eine Impedanzanpassung zwischen dem Ausgang der ersten und dem Eingang der zweiten Stufe möglich. Mit einer zweiten Sekundärwicklung kann man ein um 180 Grad phasenverschobenes Signal erzeugen, was man beispielsweise in Phasenumkehrstufen von Endverstärkern nutzt. Unser nächstes Thema hat auch etwas mit Anpassung zwischen Verstärkerstufen zu tun. Es geht um die Verstärkergrundschaltungen. Entsprechend der drei Anschlüsse des Transistors heißen sie Emitter, Kollektor oder Basisschaltung. Entscheidend ist, welcher Anschluss aus Sicht des Signals am nächsten zum gemeinsamen Bezugspunkt von Ein- und Ausgang, also mit anderen Worten, an der Masse liegt. Das war ein schwieriger Satz, der sich aber hoffentlich gleich erklärt. Für den Laien ist es oft nicht einfach zu erkennen, mit welcher Grundschaltung wir es zu tun haben. Auf den ersten Blick ist bei den drei Schaltungsbeispielen kein Transistoranschluss direkt mit der Masse verbunden. Nehmen wir sie uns mal einzeln vor. Als erstes eine alte Bekannte. Wie war nochmal der komplizierte Satz? Es geht darum, welcher Anschluss für das Signal an Masse liegt. Wir müssen uns also die Schaltung aus Sicht einer Wechselspannung ansehen. Dazu entwickeln wir aus der Schaltung das Wechselstrom-Ersatzschaltbild. Die Regeln dafür sind ganz einfach. Ohmstehwiderstände wirken auf einen Wechselstrom nicht anders als auf einen Gleichstrom. Darum werden sie 1 zu 1 übernommen. Induktivitäten sind Hindernisse für Wechselströme und werden wie eine Unterbrechung behandelt. Dagegen wirkt ein Kondensator wie eine direkte Verbindung. Übertragen wir das jetzt auf unsere Schaltung. An der Basis des Transistors liegt der Widerstand R2 gegen Masse. Der Widerstand R1 ist mit der Betriebsspannungsleitung verbunden. Normalerweise wird die Versorgungsspannung mit großen Kondensatoren gepuffert. Dadurch entsteht eine Verbindung zwischen der Versorgungsleitung und Masse. Für das Wechselspannungssignal ist die Verbindung mit der Betriebsspannung also gleichbedeutend mit einer Masseverbindung. R1 führt so gesehen ebenfalls zur Masse. Für das Signal liegen R1 und R2 parallel zum Eingang. Darum beeinflussen auch beide den Eingangswiderstand der Schaltung. Auch der Kollektorwiderstand liegt für das Signal an Masse. Der Emitterwiderstand ist durch den parallel geschalteten Kondensator für Wechselströme überbrückt, was einer direkten Verbindung des Emitters mit der Masse entspricht. Wir haben hier also eine Emitterschaltung vor uns. Die nächste Schaltung sollte jetzt eigentlich recht einfach zu identifizieren sein. Der Basisspannungsteiler entspricht dem der vorigen Schaltung. Der Emitterwiderstand ist diesmal wirksam. Der Kollektor liegt direkt an der Spannungsversorgung, also signalmäßig an Masse. So sieht die Kollektorschaltung aus. Wer möchte, kann das Video jetzt mal anhalten und das dritte Ersatzschaltbild selbst entwickeln. Wir machen das wieder zusammen. Sowohl Kollektor wie Emitter sind jeweils über einen Ohmschenwiderstand mit der Masse verbunden. An der Basis liegt wieder der Basisspannungsteiler, also die Parallelschaltung von R1 und R2. Allerdings sind diese durch den Kondensator C1 überbrückt. Der Transistor arbeitet in Basisschaltung. Es kommt also nicht darauf an, welcher Anschluss des Transistors im Schaltbild nach unten in Richtung Masse zeigt. Denn einen Stromlaufplan kann ich drehen, wie ich möchte. Welche Bedeutung haben nun aber diese drei Grundschaltungen und wodurch unterscheiden sie sich? Ein idealer Verstärker hätte eine hohe Verstärkung, einen großen Eingangs- und einen kleinen Ausgangswiderstand, sowie eine hohe Grenzfrequenz. Leider lässt sich das so in der Realität nicht erreichen. Jede der drei Grundschaltungen hat ihre Stärken und Schwächen. Sehen wir uns ein paar Besonderheiten an. Bei der Kollektorschaltung liegt zwischen Eingang und Ausgang nur die Basis-Emitter-Diode des Transistors. Die Ein- und Ausgangsspannung ist fast gleich groß und unterscheidet sich nur durch die Flussspannung der Diode. Die Spannungsverstärkung der Kollektorschaltung ist deshalb nur etwas geringer als 1. Bei der Basisschaltung fließt am Eingang der Emitterstrom, der fast in gleicher Höhe auch am Kollektor fließt. Es gibt also keine Stromverstärkung. Nur mit der Emitterschaltung findet sowohl eine Strom- als auch Spannungsverstärkung statt. Darum ist hier auch die Leistungsverstärkung am größten. Die Kollektorschaltung kann man sich auch als voll gegengekoppelte Emitterstufe vorstellen. Der große Emitterwiderstand erhöht den Eingangswiderstand, der sich aus dem Widerstand der Eingangsdiode und dem Emitterwiderstand multipliziert mit der Stromverstärkung des Transistors ergibt. Bei der Basisschaltung fließt ein sehr hoher Eingangsstrom, der um den Stromverstärkungsfaktor des Transistors höher ist als bei den anderen Schaltungen. Der Eingangswiderstand ist also sehr gering. Die Ausgangswiderstände verhalten sich umgekehrt. Wie sieht es mit der Phasenlage zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung aus? Bei der Emitterschaltung wird der Transistor mit steigender Eingangsspannung besser leitend, wodurch die Kollektorspannung am Ausgang sinkt. Der Verlauf ist also genau gegenphasig. Bei der Kollektorschaltung liegt der Ausgang am Emitter. Die Spannung dort ändert sich proportional zur Eingangsspannung. Es findet keine Phasendrehung statt. Bei der Basisschaltung wird die Spannungsdifferenz an der Basisdiode mit der Eingangsspannung kleiner. Dadurch wird der Transistor weniger leitend und die Kollektorspannung steigt ebenfalls. Auch hier haben Ein- und Ausgangsspannung die gleiche Phasenlage. Bisher hat die Basisschaltung nicht besonders gut abgeschnitten. Sie punktet aber durch eine wesentlich höhere Grenzfrequenz. Aus den Eigenschaften ergeben sich die Einsatzgebiete der Dreischaltungen. Die Emitterschaltung ist besonders geeignet für hohe Verstärkungen. Die Kollektorschaltung ist mit ihrem hohen Eingangswiderstand und geringem Ausgangswiderstand geeignet als Impedal. Während die Basisschaltung bei sehr hohen Frequenzen als Verstärker oder Oszillator eingesetzt wird. Wir wollen uns kurz noch eine Möglichkeit ansehen, wie auch der Eingangswiderstand einer Emitterschaltung erhöht werden kann. Warum eigentlich ist ein hoher Eingangswiderstand besser? Der Verstärkereingang belastet die angeschlossene Signalquelle. Der Eingangswiderstand bildet mit dem Innenwiderstand der Quelle einen Spannungsteiler. Wird ein niederohmiger Eingang an eine hochohmige Quelle angeschlossen, zum Beispiel an ein Kondensatormikrofon, fällt der größte Teil der Spannung am Innenwiderstand der Quelle ab und es kommt nicht mehr viel am Verstärkereingang an. Verbindet man umgekehrt eine niederohmige Quelle mit einem hochohmigen Eingang, ist das auch nicht immer optimal, aber wesentlich unkritischer. Bei unserer Emitterschaltung hängt der Eingangswiderstand auch vom Basisspannungsteiler aus R1 und R2 ab. Für eine stabile Schaltung ist es vorteilhaft den Querstrom durch den Spannungsteiler hoch zu halten, wodurch der Eingangswiderstand sinkt. Abhilfe schafft die sogenannte Bootstrap-Schaltung. Die Basis des Transistors wird nicht direkt, sondern über einen dritten Widerstand an den Spannungsteiler angeschlossen. Der Signalstrom fließt jetzt über R3 und R2 nach Masse. Damit liegt an R3 ein Teil der Eingangsspannung. Über einen Kondensator wird ein Teil der Signalspannung vom Emitterwiderstand phasengleich zurückgekoppelt, die sich mit der Spannung an R3 überlagert. Dadurch verringert sich die Spannung an R3 und so auch der Signalstrom durch den Widerstand. Der so stark verringerte Eingangsstrom bedeutet eine Erhöhung des Eingangswiderstandes der Schaltung. Bei Feldeffekt-Transistoren gelten diese Schaltungsvarianten sinngemäß. Es gibt eine Source-, Drain- und Gate-Schaltung. Die Source-Schaltung entspricht der Emitterschaltung beim Bipolar Transistor. Wie die Kollektor-Schaltung hat auch die Drain-Schaltung einen höheren Eingangswiderstand, was aber zweitrangig ist, da Feldeffekt-Transistoren generell wesentlich höhere Eingangswiderstände besitzen. Interessanter ist der kleine Ausgangswiderstand, wodurch man die Drain-Schaltung als Stromtreiber einsetzen kann. Eine sinnvolle Einsatzmöglichkeit für die Gate-Schaltung ist mir nicht bekannt, da man hier den Vorteil des hohen Eingangswiderstandes beim Feldeffekt-Transistor verliert. Der eine oder andere wird nach diesem Video Schaltpläne vielleicht mit etwas anderen Augen sehen. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Hier zwei mehrstufige Verstärker mit induktiver Kopplung. Einmal als Niederfrequenzverstärker und unten ein Empfängereingangsteil. Die beiden hinteren Stufen im Hochfrequenzverstärker arbeiten in Basisschaltung. Der Vorverstärker in meinem alten Stereoverstärker, der auch empfindlich genug ist, um ein Mikrofon anzuschließen, besteht aus drei direkt gekoppelten Transistorstufen. Diesen kleinen Verstärker kennen wir schon. Die erste Stufe arbeitet in Emitterschaltung mit Spannungsgegenkopplung und sorgt zunächst mal für eine ausreichende Verstärkung des Eingangssignals. Transistor 2 arbeitet in Kollektorschaltung. Er dient als Stromtreiber für den Endstufentransistor, der einen kräftigen Basisstrom benötigt, denn die Stromverstärkung des Leistungstransistors ist nicht sehr groß. Trotz Kollektorschaltung ist der Eingangswiderstand der Stufe relativ klein. Dafür sorgt allein schon der 1 Kiloohm Widerstand an der Basis. Ein weiteres Indiz dafür ist der relativ große Koppelkondensator. Am Anfang des Videos hatten wir für einen Eingangswiderstand von knapp 2 Kiloohm eine Kapazität von 10 µF berechnet. Der Eingangswiderstand dieser Stufe ist höchstens halb so groß. Wir müssen uns jetzt noch mit den Verstärker Endstufen beschäftigen, aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.